Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Gamblebox Let's Play Dead Island Together. Ja! Hallo! Ja, Klaas ist auch da. Falls ihr es noch nicht wisst, mein Name ist Felix alias Hanger Boy. Ja, Klaas alias Sandro. Und wir sind schon, haben schon 8% durchgespielt. Boah, lass die mir angucken. Das ist ein strange Blick von dir. Ja, aber deiner. Oh mein Gott. So, du hast eine Waffe mit 200 Schaden, hast du gerade gesagt. Okay, ich sag's hier mal ganz genau. Also die macht 171 normalen Schaden plus 52 Zusatzschaden. Mhm. Das heißt, mit kurzem drinnen, ja, so knapp 120. Äh, 220. Diese Böden beginnen zu rütteln. Okay, mhm, lecker. Okay, hast du die Mission neu gelät drin? Von dem Typen? Äh, also ich sehe gerade Ashes to Ashes. Warte mal. Äh, Chris. Ashes to Ashes, ja. Ashes, okay, los. Dann wollen wir mal die Asche zu Asche machen. Nicht gegen's Boot laufen. Unsere Autos sind weg. Ja, also alles wird anscheinend nicht gespeichert. Ja, wir waren auch gestern was woanders. Ja, wir waren im Haus hinten. Wo dann dein Opa gesagt hat, aber Schnee. Aber Schnee. Aber Schnee, genau. Warte, jetzt haben wir mal die Krabparts ein. Jetzt kannst ja du machen. Nein. Ich will die verrückten Mongos hier erstmal abwehren. Da ist nämlich einer. Zack. Wo ist ein Mongo? Mongo. Zack. Warte. Warm. Ist so friedlich hier. Da kommt eine Mongo-Tosse. Warte, warte, warte. Ich will den Kopf abhauen. Ach, verdammt. Hab ich das schon? Die meiner rechten. So, schön auf den Kopf. Uh. Schnee. Ein paar Parts. Nimm ich. Nimm bitte die Kacke. Jo. Komm, boxen wir uns hier mit den Fäusten nur durch. Weil meine ganzen Sachen sind sowieso schon wieder geschrotet. Uh. Wo ist ein Zombie? Ja, Mongo-Zombie. Warte, da vorne. Das ist ein Bruder. Ja, wieder eine Cherrikin. Warte, warte. Ich nehme den da vorne. Ach, da sind wieder so viele. Warte. Jo. Hat er viel gebracht. Ja, zwei habe ich erwischt. Critical. Der ist, glaube ich, ein Kopf kürzer. Wo ist meine Waffe? Da liegt sie. Uh. Oh, Bandagen, die müssen wir sammeln. Pankillers. Kann man schon aufmachen? Ne. Können wir das Ding fahren? Turn off, Wallarm. Gut. Karpart nimmst du gerade, oder? Jo. Und weiter geht jetzt. Wir müssen doch Straße folgen. Oh, jetzt müssen wir hier hoch. Ich bin beim Geil. Da ist einer. Warte mal, da ist doch der Geile. Boah, hier ist wieder große Mongo. Hast du wieder mal ein Fässchen? Warte. Ich habe noch kein Fässchen. Bleib liegen. Bleib liegen. Dann brauchst du schon für den Mongo-Zombie. Ja, ähm, wenn ich jetzt einmal... Ich habe jetzt wieder, ähm, Rage. Das heißt, wenn hier wieder so ein Dicker ist. Was nicht der Fall ist. Oder wenn hier so viele sind. Oh, da stehen welche auf. Ja, ja. Uh, bleib liegen. Ich selber sind bei dir die Zombies. Ich selber sieben. Äh, von fünf bis sieben. Alles dabei. Hihi. Uh, da habe ich wohl den Popo gebrochen. So. Gebt er noch was? Nö. Hier ist noch was. Zehn Dollar. Den habe ich schon... Na, den habe ich auch schon umgebracht. Warte, da steht... Warte, da steht eine... Zack. Und links, und rechts. Zack. Warte. Ich glaube, ich level ab. Level ab. Immer schön kicken. Ja, mach ich doch. Zack. Stiefelkreis. Okay, Stiefelkreis. Häh? Schon tot? Ja. Soll ich mal Taschenlampe anmachen? Bleibst du liegen? Tote haben, tot zu sein. Oh, ja. Und... Soll ich. Keinen Kopf mehr zu haben. Das ist auch ganz wichtig. Hier ist nichts. Da ist eine Bier. Alkohol habe ich gefunden. Leck mich am Arsch. 500 Schaden. Oh, der hat 39 Dollar. Ich hoffe, ich habe das Papier. Äh, Papier. Was? Äh, hier war der Typ mit seinem Insulin, hätte ich gedacht. Oh, Bleach. Seck mir mal. Was auch immer das gerade ist. Wüsste ich gerade nicht. Bleach. Oh, das ist ein Mongol-Zombie. Hm? Ne, doch nicht. Komm, jetzt geben wir jetzt mal den Pool. Äh. Da ducken wir uns. Machen die Taschenlampe mal aus. So, hier müssen wir lang. Jo. Ich warte nur auf dich. Hallo. Freunde. Meine Mutter. Tschüss. Tschüss. Lol, leck. Leck. Ich habe gerade mega leck. Alter, wie der mich niedermäht. Das leckt, dann schlag mal die Mongos hier. Ich bin eher der Wurfexperte. Oh, der, der geht mir auf die Eier. Du gehst mir zuerst auf die Pau. Du auch. War hier per Ausdauer, mir ey. Ich auch, warte. Aber jetzt. Zack, zack. Level ab. Der lebt immer noch. Auf die Fresse. Jo. Kann man mir kurz, äh, Pause machen hier? Ja, ich muss kommen erst. Level. Ab. Ich bin Level 8 jetzt. Okay. Ich bin auch schon längst Level 8. Hm. Hm. Wo sieht man jetzt nochmal, wenn man Level 9 ist? Dann bin ich ja schon über die Hälfte. Ich bin ja schon fast Level 9. No. Wahrscheinlich, weil ich letztens so viele... Machst du überhaupt Y, wenn so viele Zombies kommen? Y? Nö. Oder hast du die Fähigkeit noch nicht? Ich, äh, es gilt dir auch nicht, die Fähigkeit. Die ist aber wichtig. Was? Ich bin Level up? Fing, was denn? Ich hab eine Batterie gefunden. Ah, Challenge finished. Treasure Hunter. Lol. Ich bin jetzt Level 9. Warte, was mach ich denn? Du musst das ganz linke bei dir upgraden. Ganz, äh, so. Nebenbei. Ganz linke. Das ist ganz linke. Das ist deine Superfähigkeit. Wenn du die nicht hast, dann... Du kannst nämlich... Ähm, Fury sammeln. Also... Ähm... Was ist denn das? Fury, ähm... Furie oder... Nee, die Furie. Wenn du getrezt wirst, irgendwie sowas. Und dann kannst du es upgraden. Das oberste musst du machen. Und bei mir heißt es Bullseye. Warte mal. Highmaker. Bleeding Chance und Furie. 15%. Ah, ich mach jetzt mal... Nee, ich hab jetzt die ganzen, ähm, Schlagwaffen abgegradet. Wo, auf welcher Spalte ist das? Die mittlere. Was ich mach jetzt voll Damage, ey. Teilweise sieht über 600 Damage aus. Okay, das muss ich jetzt auch langsam machen. Ich hab jetzt bei mir bloß die linke Spalte. Aber das unterste will ich noch. You can now hit vier Enemies... Äh... Mit der Furie. Also vier auf einmal bewerfen mit dem Messer. Cool. Fiuu. Ist er tot? Jo, ist er tot. Das war's für dich. Level 9, das bin ich. Nein. Wirklich. Taxi. Mama. Oh, da kommt Mongo. Hochspringen und E drücken. Nein, nein, warte, 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 ich will... Warte, ich will den Kopf zertunen. Verdammt. Hehehe. Mit deinem geilen, hässlichen... Mit deiner geilen Keule da, oder was das ist. Na, Morgenstern hier. Ach, da ist einer drin. Hallo. Hey, hey, you. Go over there. Ah, ja. Wir müssen von der anderen Seite hoch anscheinend. Äh. Ja. Du machst das schon. Da kann man rein. Gehst du mal weg? Na, lol. Du sollst... Geh halt weg. Nein, lass mich. Du dicke Schnitte, geh da weg. Bin da schon oben. Geh du weg. Du bist überhaupt nicht oben. Ich war vor dir hier. Da kommt man nicht hoch. Ich will da rein, du Depp, weil da unten eine Kiste ist. Ja, was ist da drin? Ich weiß nicht, doch nicht. Level 5. Scheiße, das ist da. Alter. Was ist da drin? Jetzt springt er hoch. Alter, wie du bei mir rumglitschst. Sichi. Lol. Ja. Der Pro-Gamer ist wieder in the house. Was brauchst du da fünf Stunden für? Was wollen wir jetzt hier machen? Ach, wir müssen hier rein. Ich meine Ahnung. Ja, einfach reingehen. Hallo. Uh, was liegt denn hier? Ach, bei dem Typen ist man hier. Empty Kanister. Ja, ich bin sorry. Ich habe die Pumpeo-Wesky. Hey, wir haben einen Blick. Okay, lag. Alle Likes, äh, die geben mir halt auf den Sack. Ja, mir liegt es immer, mein Bruder lädt gerade, keine Ahnung. Irgendwas vom Internet, ich weiß es nicht. Ach, wir müssen die Dägen hier clean machen. Hab schon. Das war meiner. Oh, mein Stecken ist kaputt. Oh, ein Dicker. Nehmen wir da die Sack. Warte, ich habe das Fässchen. Äh, du hast drauf. Wir müssen außen rum. Wir müssen hier hoch. Oder? Ich schau mal von oben, wo der ist. Der ist anscheinend hier in der Halle drin, aber hier oben liegt noch was. Warte mal. Ein Energy Drink. Du kannst es recht haben mit der Halle. Ich komme wieder runter. Ja, das zieht mir wieder richtig viel ab. Ich mache, okay. Nimm du das Fässchen. Alles klar. Mein Mäuschen. Wir kommen von hier nicht rein. Warte mal. Wie ist man hier rüber? Ja, wir müssen hier raus. Da ist ein dicker Mongo drin. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Von oben, da wo ich gerade hoch bin. Bleib da hoch. Bleib da hoch? Jo. Und dann von oben reinhüpfen. Alter, das kann was werden. Kannst du den Kanister hier hochschmeißen? Äh, ich muss gerade mal hier rüber wieder. Ah, da kommt wieder der drüber. Fick dich da. Wo ist denn der Kanister? Ah, Mongos. Lol, das sind nur Mongos. Ganz viele Mongos sogar. Tja, wenn du Furie hättest. Soll ich runtergehen und clearn? Jo, wäre cool. Obwohl. Da steht er. Ich sehe. Der Dicke. Alter. Schau dir zu. Da ist kein Ausdauer mehr. So ein Mongo. Schön machst du das. Ich kümmere mich um den Dicken innen drin. Ich hab nämlich volle Furie. Muss ich jetzt mal ausnutzen. So. So. Bam, 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 bam. Beautiful. Bam. Der hat nur 225 Dollar für mich. Erstmal wieder was snacken. Machen wir hier für dich die Tür auf. Danke. Na, Mongo. Wo bist du? Seht nicht, wie geil ist drin. Kannister. Wie geil ist Schaufel. Mit welchem Skill-Level kann man denn Kisten öffnen? Skills. Ab Level 2 stand glaube ich mal dran. Äh, nein. Junken Master, Efficiency, Boomerang. Was ist jetzt los? Ach, da ist nur einer. Hast du grad Licht gemacht? Ja. Japp. Ich mach mal hier kurz auf. So. Oh, da kommt einer. Geld, Geld, Geld. Warte. Boah, aber es gibt Mongo Action. Warte, ich schmeiß. Und zack. Wie macht ihr hier? Erstmal Raff wieder rausziehen. 15 Euro. So, ähm. Ich glaube, wir müssen hier die Benzinkanisse nehmen und irgendwas auftanken. Sieht zumindest so aus. Lass uns das nicht.